Hey Leute, ich bin's, Tim. Du magst Filme? Dann ist das dein Video, denn es geht hier darum, die Struktur eines Spielfilms zu analysieren. Gute Unterhaltung. Im Film fließen Realität und Fiktion zusammen. Heutzutage werden Filme immer realer und die Bilder und Geräusche des Films stellen die Wirklichkeit sehr genau dar. Da der Film aber prinzipiell nicht anders funktioniert als Theater und nur um einige Faktoren erweitert wurde, können wir auch dieselben Mittel zur Analyse anwenden. Dabei untersuchen wir die drei Ebenen und Verknüpfungen von Bild, Sprache und Ton bzw. Musik. Zur Makroanalyse eines ganzen Filmes empfiehlt sich eine genauere Betrachtung des Aufbaus der Sequenzen, des Handlungsverlaufs, der Entwicklung des Problems und der Figurenkonstellation. Dafür können wir einen Sequenzplan erstellen, indem wir Sequenzen untersuchen, das heißt inhaltliche Einheiten, die örtlich oder zeitlich von anderen Einheiten abgegrenzt sind. Ganz eindeutig ist das manchmal nicht. Ein solcher Plan könnte sich aber aus den Kategorien Sequenz, Dauer, Figuren, Inhalt und Kommentar zusammensetzen. Unter Kommentar kannst du alles zusammenfassen, was dir sonst noch auffällt. Damit hast du schon ein gutes erstes Analyse-Instrumentarium zur Hand. Daneben sollten wir aber noch auf weitere Elemente achten, wie zum Beispiel Leitmotive. Das sind wiederkehrende Phänomene mit symbolischer Bedeutung, wie zum Beispiel Objekte, Farben, wiederkehrende Szenen mit gleichem Aufbau und so weiter. Wichtig ist auch die Musik, die ähnliche Szenen verbindet oder bestimmte Personen begleitet oder die Dialoge zwischen den Personen. Zuletzt gibt es noch filmtechnische Mittel, wie zum Beispiel Schwarz-Weiß, Zeichentrick, Zeitlupe, Zeitraffer, etc. Daneben gibt es aber auch noch andere Analyse-Kriterien. Wichtig ist auch die Frage, um was geht es eigentlich in dem Film? Wir untersuchen die Handlung oder den Stoff. Das kann unterschiedlich genau geschehen. Die Story ist eine sehr genaue und ausführliche Inhaltsangabe. Der Plot ist das Grundmuster, das den Film durchzieht, unter Angabe der Protagonisten, deren Handlungen und Handlungsmotivationen. Außerdem ist er viel kürzer als die Story. Man kann den Stoff eines Filmes immer einer gewissen Problematik und einem Thema zuordnen, zum Beispiel der Kampf des Gugen gegen das Böse. Dabei ist die Handlung häufig am dramaturgischen Aufbau des Theaters angelehnt, wie in den klassischen Westernfilmen. Einleitung, Konfliktaufbau, Höhepunkt, retardierendes, d.h. verzögerndes Element und Schluss. Sofern es sich nicht um Dokumentationen handelt, gibt es im Spielfilm immer handelnde Subjekte oder Figuren. Meistens sind das Personen, die einen bestimmten Platz in der Handlung einnehmen und ein gewisses Menschenbild porträtieren. Wir untersuchen daher die einzelnen Charaktere und Beziehungen. Wer ist die Person? Wie sieht sie aus? Was für einen Charakter hat sie? Und macht die Person Veränderungen durch? Welche Rolle spielt sie in der Filmhandlung und welchen Platz hat sie in der Gesellschaft? Die Lebensgeschichte der Person spielt aber eine große Rolle, um ihre Handlungen und Motive zu verstehen. Solche Lebensgeschichten werden häufig mit Rückblenden oder durch Erzählungen dargestellt. Da wir aber nicht das ganze Leben eines Menschen beobachten können, sondern meistens nur bis zu drei Stunden Zeit haben, wird die erzählte Zeit, also häufig mehrere Tage, Wochen oder sogar Jahre, in wenige Stunden Erzählzeit gerafft. Es gibt nur selten Filme, in denen Realzeit und Filmzeit übereinstimmen. Andererseits gibt es nicht nur geraffte Zeit, die einen heiklen Moment schnell heranrücken lassen kann, sondern auch gedehnte Zeit, die Momente detailreich und verlängert darstellt und somit einen erwarteten Zeitpunkt mit Spannung hinauszögern kann. Für die Charakterisierung der Figuren kann das Filmskript nützlich sein, soweit es verfügbar ist. Der entworfene und von den Schauspielern nachgestellte Text ist der Ansatzpunkt für eine literaturwissenschaftliche Analyse. Hier können wir, wie beim Theater, den Text auf Regieanweisungen, Dialoge, Stilmittel etc. untersuchen. Hier hat man schwarz auf weiß, was einen Großteil eines Filmes ausmacht, nämlich die Elemente der Filmkonstruktion im Unterschied zur Ausführung oder Darstellung. Oft unterscheiden sich aber auch geplante und ausgeführte Elemente. Der Blick in das Skript ist daher häufig unerlässlich. Ein letzter Punkt ist die Filmtradition, sozusagen das Genre des Films, denn jedes Genre hat eigene Merkmale, Stilmittel und Themen. Ist es ein Western, bei dem es häufig über die Beziehung zu Gesetz und Ordnung geht, oder ein Horrorfilm, der sich vor allem mit der Psyche des Menschen auseinandersetzt? Dabei wird häufig auf andere Filme Bezug genommen, zum Beispiel durch ähnliche Kameraeinstellungen, Zitate oder sogar wörtliche Erwähnungen. Es lohnt sich also immer, auf die Vorgänger des Films zu blicken und Spuren zu anderen Filmen zu folgen. Wie analysieren wir also einen Film? Wir untersuchen den Sequenzaufbau, zum Beispiel mithilfe einer Liste. Dabei achten wir auf Leitmotive, Musik, Dialoge und filmtechnische Mittel. So dann sehen wir uns den Stoff und die Handlung an, indem wir die Story, den kurzen Plot oder das Thema beschreiben. Wie ist der Aufbau der Handlung? Und welche Personen tauchen darin auf? Wie sind ihre Charaktere? Und wie ist ihre Beziehung? Wie ist die Erzählzeit im Verhältnis zur erzählten Zeit? Wie ist Raffung und Dehnung? Wie schnell oder langsam wird erzählt? Im Skript schauen wir nach, wenn das möglich ist, wie Regieanweisungen und Dialoge gestaltet sind. Und zu guter Letzt versuchen wir den Film in eine Tradition und ein Genre einzuordnen, indem wir ihn mit anderen vergleichen. Probier's mal aus, in Filmen steckt sehr viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. See ya dann!